Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forrest hier auf dem Kanal und hier bei mir. Und in der heutigen Folge wollen wir eine Runde jagen gehen. Die Gefahr, die größte Gefahr aus dem Wald und zwar Rehe. Ja, Rehe sind eine Gefahr und die müssen dezimiert werden, um einfach einen Fortbestand der menschlichen Rasse zu gewährleisten. Ganz einfach. Ja, ansonsten ja wie immer ganz normal verpeilt und wir werden uns dann am Ende nochmal in der Endcard wiedersehen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und bis später. Ja. Ja, und wer beschützt uns? Wir zu selber. Ich doch nicht, ich bin eine Prinzessin. Ich bin da auf einem Besuch irgendwo einen See, oder? Komm jetzt rüber hier. Ja, ich denke, da müssen wir dahin gehen. Warum einen ganzen Sack voll Fische? Warte, ihr liegt noch. Wir schiften zu viel, oder glaubst du? Schon immer. Das stimmt, Frauen, ihr könnt ja mal, wenn das fertig ist, baut mal ein paar Beete. Da hat schon Markus recht, machen wir ein paar Beete. Aber wo kriegen wir die Dings her? Schon. Wo kriegen wir die Samen dazu her? Ich höre irgendwelche komischen Geräusche. Ich will nicht. Ich höre weg. Geil, Alter, das ist auch nicht weit weg, Mann. Das ist ja nice, Mann. Stimmt das recht. Super, Sven. Gut, dass du das noch weißt. Das ist frisch. So, es ist gestern, ich habe keinen Fisch. Oder sehr dunkel, ehrlich gesagt. Oh Mutti, musst du mich so erschrecken. Hier hat man ihn bauen sollen, weißt du, Sven? Wartest du ganz kurz? Hier hat man ihn bauen sollen, weißt du, Sven? Wartest du ganz kurz? Hat man voll den See gehabt und 2000. In 2000 Jahren bin ich, habe ich mit dem Bau. Ist das nicht zu laut? Warte mal nur, trotz muss man hier rumbildet, irgendwas korle. Warum? Klickt er? Jetzt. Oh, hier, troppende Frames. Also, ob das Spiel zu laut ist, weiß ich nicht. Du müsstest mir das mal sagen, ob das Spiel zu laut ist oder irgendwas. Ich höre es nicht. Für mich ist es zu laut. Ich kann nicht, dass es bei euch gerade geht. Achso. Aber ich kann nicht direkt aus dem See trinken, das finde ich aber doch nicht so sinnig. Warte, ich warte hier auf dich. Aber es ist ja so scheiß dunkel in dem Marsal, es gibt hier keinen, keinen, keinen Fisch. Warum nicht? Das war doch immer so, oder? Warte, ich komme mal hierher, das noch fertig machen. Vielleicht muss man jetzt am Ende. Kann auch so hin, ja. Oh, scheiße, ich habe dich gesammelt. Oh, Neckel. Hast du gesammelt? Nee. Warte, ich rufe jemand. Den Scheiß kam, Neckel, warum sind die so schnell, Mann? Ja, jetzt gibt es für mich. Das ist noch keinem Zustand, oder? Ich habe eins, ich habe eins. Nicht so hin, Schiff. Nicht so hin, Schiff. Ja, das darfst du echt nicht schütteln. Das dauert aber ewig, bis wir bei den Baumen sind. Guck mal, wie weit hinten ist das? Ich habe gerade mal einen Gornickel, jetzt. Ich will die Spoils, 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 Spoils dabei. Ist das nicht kacke? Ich höre aber arg. Oh, da ist ein Reh. Schleich mich ran. Hallo, Reh. Bambi. Jetzt hast du aber die in den Baumen. Ich tu dir nix. Ich will nix. Ich tu dir nix. Ich warte hier. Fuck. Oh, er hat's. Geil. Du scheißverwechstens Reh. Stirb. Wie die dreckigen Tiere alle, äh, weg sind. Jetzt rennt er nicht weg hier. Jetzt ist es tot, Alter. Oh, es hat jetzt gedauert. Ich habe ein Reh. Aha, ich habe ein Reh ohne Kornickel, Alter. Was hast du? 60, 60 Dings wahrscheinlich, gell? 60 Lorche. Boah, wie viel Miet das gibt, Alter, das Reh. Das ist voll geil, ey, Mann. Das ist gut. Und Fell. Vor allem Fell. Und dieses Fell brauchen wir für irgendwas, gell? Für, äh, in so'n... Für die Rechnung. Na ja, na ja, stimmt. Na ja, na ja, stimmt. Na ja, und dann konntest du aus dem Hasen, der aus irgendeinem Dings, konntest du einen Beutel machen, wo du Bären sammeln kannst und die mitnehmen. Und das kannst du nämlich nicht mitnehmen. Ich bleib steh'n Reh. Ich will dich nur mal ganz kurz von hinten begannen. Ich habe noch Reh, aber ich glaube, ich kann es nicht aufnehmen, um es zu müssen. Oh, die hast du was zu essen in der Tasche? Aber ich, warte mal, ich muss mal, weil... Warte, ich seh dich, komm mal. Oh, hier ist noch ein See. Ich kann es nicht aufnehmen, es ist noch ein Stück. Ich kann es nicht aufnehmen. Äh, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Komm mal zu mir. Oh, nicht? Geht nicht. Ach, das ist geil. Hast du Bären gegessen oder was? Ne, äh, ne Soda getrunken. Hier, nimm mal das Fleisch auf. Kannst du auch nicht aufnehmen, scheiße. Komm schon. Echt, das hier wäre gerade weggefliegt, das liegt hier bei mir. Da liegt's. Ne, du tropfst, du bist auf Feuer. Ich komm, Mutti. Ich trau' echt so'n Rehbeutel. Rehbeutel. Müsst' es vielleicht entweder aus... Ja, wir müssen vielleicht mal so'n Lagerdinger bauen, weißt du das? Also, wo Steine reinlogern können, das Zeug. Ich hab' andere uns in den Tauffall hier. Oh Gott, da losch. Wo hier ist Fell oder was? Oh, nee, das Blatt. Meine Scheiße, ist unglaublich ruhig hier. Na, das scheint mir nicht. Guck mal, die haben schon wieder den ganzen weiter weg. Oh, die sind ganz gefährlich. Oh, ein Eichhörnchen gibt's ja Eichhörnchen. Das sah aus wie ein Eichhörnchen, Mann. Dann wird wohl ein Eichhörnchen sein. Kann auch ein Flughörnchen sein. Oder ein Streifenhörnchen. Ein Hörnchen. Boah, ich hoffe, es ist nicht das, was ich denke. Was? Und das war noch eine Horde aus. Ja, das ist geil. Das wird uns sehr gut passen. Ich bin ja alleine bedingelt. Was ist das? Was sind das für komische Flecken auf dem Fußboden? Da drückt man drauf und da kommt so ein komisches Bräuch. Ich bin allein gelassen. Ich bin allein gelassen. Arzt, ne, wo ich nicht. Komm ich nicht hier runter von dem Berg, sag mal. Gibst du ein Winkschuh, oder so? Hast du die Dinger fertig gemacht? Du bist nur hier runtergekommen. Ich bin am Rand runtergelaufen. Glaubst du nicht? Ich bin schön runter. Gibst du was für Essen dabei? Ja. Wir haben zwei Reh. Zwei Reh haben wir geholt. Naja, das sind eure Mämmer. Höhlenmämmer hier. Soll ich sie aufhängen, die Woche? Ich würde ich machen. Ja, ich könnte ja einen Satz durchbraten. Einen anderen Satz können wir ja hier entschmutzen. Stimmt, dann kommt die runter auf jeden Fall. Aber die kommen wieder hoch, dann ist doch die Frage. Ich kann nicht wirklich nur vier Stückchen Fleisch aufhängen. Ich muss noch eins bauen. Aber wir können ja auch mal durchbraten, weil die haben bestimmt alle Hunger. Ja. Oh, die haben die Hütte schon fast fertig, oder? Wir hätten das mit den 980. Ja, haben wir noch einen. Wenn das mit den 980 machen sollen. Was? Was? Also bei großen Bauprojekten, da gibt's, das geht ja voll auf den Sekt. Na, okay, wir sind noch auf vier Leute, von daher geht das relativ besser als zu zweit. Boah, das ist der Austausch, da kann man hier nicht leveln irgendwie, die Austausch. Kannst du trainieren und so was? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, wie. Echt? Boah, das ist ja... Schau mal, da kommt jetzt keiner in den Gegend. Oh, hier kann der Nickel. Ich muss auch mal ordentlich essen, jetzt können wir uns mal richtig den Bands vollschlagen, Leute. Und die, 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 die ich hab für das eine Holz, für die Hütte. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht, gerade. Ja, gut. Das ist nicht so, ich noch so ein, so ein Dings Fell, oder? Von so einem... Von dem anderen Fell, ne, von dem Karnickel. Ode Fell, Wildschweigenfell. Aber Karnickel nicht, oder was? Ja, ist sie. Was wir aufhängen, spoilern die auch. Das hier nicht dabei steht, zu was du das verwenden kannst, das ist voll du. Aber ich glaube, die kannst du aufhängen. Echt? Und Leder draus machen. Was hab ich gelesen. Hier ist irgendwas. Warte, guck mal. Wenn's nicht reinpasst, Steffi, dann müssen wir das... Also liegen einfach. Die gehen nicht weg. Guck mal schnell... Guck mal schnell essen, wer hungert. Ich drück mal, speichern mal. Geht das jetzt, ja? Guck mal ausspeichern. Guck mal jetzt essen, Lust? Bevor's, äh, kalt wird. Ja, ich komm. Bevor's kalt wird? Achso, du kannst die Farbe wechseln, das ist ja cool. Ich mach's mal, äh, rosa. Oh, na. Fein. Die nächste Hütte wird blau. Da haben wir dann weiter was davon. Oh, hier sitzt ein Vogel. Du musst immer den Tarn wechseln mit eins. Das geht sogar, Alter. Federn, sammelt doch mal die Federn. Hä, was ist das Federn? Ach, ich muss nur da zu stehen. Na je, ich hab Vogel getötet. Das tropft für jeden anders. Du kannst ja nicht so gut sehen, stimmt. Ja. Wo, wo, wo kann ich denn jetzt das Fleisch hintun? Ich dachte, wenn das fertig ist und wir sind voll, dass wir das irgendwo aufhengen können. Ich weiß es nicht. Wir müssen vorher aufhängen, bevor du's brätst. Oh. Wenn wir, du trocknest es oder du brätst es einfach nicht. Geht mir Federn. Oder? Geht steuern. Ja. Ich glaub, es war so. Hat jemand noch Stöckchen? Ja. Ne, aber Federn, ganz viele. Wir brauchen noch vier, äh, Baumstämme, um dieses Beet zu bauen. Das ist gut, das brauchen wir. Ne, ich hab noch Baumstämme jetzt. Oh, ich hab einen vollen Magen gesessen. Das ist ja immer geil, Alter. Das ist richtig in Spannung jetzt, Gord. Jetzt fahren wir nur noch frei. Was? Ein Stöckchen. Auch Stöckchen jetzt mal. Ich muss jetzt so ein Steinlager bauen. Ich hab ganz Tasche voll Steine schon wieder. Hm, ich brauche wirklich mit. Tasche voll. Brauch noch drei Baumstämme. Da liegen noch welche. Hast du gesehen, Mutti? Ohne Dingsgegen. Also ein Lager bauen und man kann so einen Wagen bauen. Das wird der Baum, den ich kann. So einen Wagen bauen, da kannst du die Baumstämme rumfahren. So ein Locktag. Ohri. Was ist jetzt? Oh, ich schon. Mir stand gerade so ein, äh, Oh, so ein Wasserlager steht bei mir der Luft. Ja, echt? Bisschen Stöckchen kaputt. Cool, ey. Ich dürfte mal nicht so viel wegen Essen. Ich muss so ein bisschen, ähm, Ob das schon, äh, äh, Was hinlegen war mit Zegel. Okay, alles klar. Oh, ist schon voll. Ne, ich hab nicht voll. Ich halte noch ein Stock, glaube ich. Einen kleinen Vorrat haben. Einen Ding. Muss man mal gucken, hier, wenn das, äh, Fette Vieh hier, dieses Dreckvieh da. Oh, guck mal, wie sie rumrennen mit den Baumstämme, das sieht aus, ey. Cool. Aber wir das nicht machen. Ich hab das Gefühl, wenn du, wenn du hüpfst, bist du schneller. Ach so, das hab ich, ja. Ach so, das hab ich, ja. Über mein Kopf hast du damit. Oh, voll windig, gerade. Guck mir so vor. Warum noch? Ich hab das Bedeutung, aber das Bedeutung, wo ist das jetzt? Herzsch, Herzsch, Herzsch. So. Und wie geht das jetzt? Kein Inventar. Hm. Ich hab aber auch hier bei dem Ding hier kein Inventar zu machen. Ja, das geht nur, wenn du so, wenn du Fleisch in der Tasche hast, dann siehst du dann, in irgendeinem... Na, hab ich doch. Ich hab den Vogel. Ach, das soll nicht gehen, denk ich, vom Vogel. Das nur rohes Fleisch aufhängen können, nicht dieses kleine Vogelfleisch da. Nur dieses Roammeat. Dieses Generative Meat und nichts. Hm. Gibt's denn da noch so alles in dem Buch? Lass mal in das Buch reingucken. Na, Baumstammschlitten wäre nicht schlecht. 21 Stücke. Ist schon gebaut. Hab ich schon. Gut gut. Mach ich dich gerade. Was haben wir hier noch? Eigenes Fundament und so. Hier vorne in den. Kleines Beet. Kronleuchter aus Knochen. Oh, geil. Du kannst ja Dekorationen bauen. Oh, hier Vogelhäuschen. Das ist hier ein nice. Tophel, Wand, Wand, Topf, Pflanzenhalter, irgendwas. Waffenhalter, oh cool. Ach stimmt, da kannst du ja auch Feuerbomben herstellen mit dem Alkohol. Das ist gut. Die sind super. Wenn die hast, die sind, da kannst du schön noch den Kopf schmeißen. Ja, sieh. Oh, hier ist noch ein Vorstand aus Stein, Sven. 40 Steine und zwei Baumstämme, sag ich auch nicht viel. Wie krieg ich denn das wieder aus der Hand raus? Du weißt, was ich immer mal gerne gönne, ist so schnell, so ein Ding. Oh, oh. Nein. Hier vorne Hütte stelle ich mal so eine Satzbank. Die war doch mal ganz gut, weil du konntest ja ausruhen drauf. So weißt du, ne? Rup, weg, weg, weg. Scheiße, ein Baumstamm fehlt. Verdammt. Mit ihrem Speer hier. Du brauchst mir Angst. Bis. Uhu. Mutti, schmeiß Stähne nicht rum hier. Löde denken. Echt? Also ich brauch einen Baum, äh, das ist doch Mist, äh. Wirklich. Hier. Kann man doch wohl hingehen. Bist du schon wieder so faul? Wo ist ein Lorch? Pst. Ruhe. Ruhe. Pst. Piep, piep. Nein. Verdammt. Verdammt. Scheiß Lorch. Ja, und das ist schon schon am Ende. Ja, ob ich diesen Lorch kriege oder nicht, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Das ist der Cliffhanger. Der Lorch. Der Lorch. Der Cliffhanger. Quasi. Der Lorch ist der Sebastian Stallone. Der Lorch. Quasi. Genau. Äh, ja. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Dabeisein. Danke für die Kommentare und alles. Äh, und wenn ihr mir, äh, ja, wenn ihr mir nochmal mitzusehen wollt, dann einfach mal bei Twitch folgen. Oder hier bei YouTube. Einfach mal ein Like dalassen und, äh, ähm, einfach mal ein Abo dalassen. Dann seht ihr immer, wann wir online sind oder wann wir quasi ein Video veröffentlichen. Zum Thema Forest im Moment, das ist unser Hauptprojekt. Und, äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und dann, äh, ja, schönen Tag. Tschüss.